Noch weiter eine Aufzeichnung also mit Jacqueline Soames und John Jenkins. Das sind die 18. nach dem Technikprogramm. Die waren bei der Europameisterschaft immerhin 12. Musik von Leo Delib. 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 Das war also das letzte Paar aus unserer Aufzeichnung. Da wollen wir dann noch etwas zu den Noten sagen, die vergeben werden. Dann haben wir von den allen allgemeinen Informationen genug an Sie weitergegeben, liebe Zuschauer. Aber jetzt müssen wir uns doch, dass wir jetzt an der Reihe von Leo Delib. Das ist also das erste russische. Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal.